ja hallo liebe youtube freunde ihr habt sicher mitbekommen ich habe meinen kanal umgenannt der heißt nun daheim in der natur mit mark ja der alte name hat mir nicht mehr so gefallen und deswegen habe ich mich für die umbenennung entschieden ihr könnt ja gern mal im kommentar hinterlassen wie ihr das findet ich wünsche euch allen einen schönen tag hier ist das gerade super bis bald euer mark